Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesely und wir reden heute über die 10 coolsten christlichen Influencer und deren Stories. Also wie sie früher waren und wie sie heute sind. Bevor wir loslegen, abonniert uns doch, macht die Glocke an, weil dann kriegt ihr coole weitere Videos von uns. Und auf Platz Nummer 10 kommt mein persönliches Favorite. Er ist kein klassischer Influencer, aber der witzigste überhaupt. Also bleibt dran. Wir fangen an mit 5 amerikanischen Influencern, weil die sind alle ein Ticken größer als unsere Deutschen. Und danach kommen wir zu den 5 Deutschen. Influencer Nummer 1 ist Jess Conti. Die hieß früher Jess Bauer und kommt aus Australien und ist mit Gabriel verheiratet. Zu dem kommen wir nachher noch. Und sie hat 3 Cover aufgenommen und dann hat sie einen viralen Hit gemacht. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Dieses krasse Video ist sofort über Millionen Klicks gesprungen und dadurch war sie sozusagen von Sekunde 0 ein Internetstar. Hier seht ihr ein Bild vorher und hier seht ihr ein Bild, wie sie heute aussieht. Influencer Nummer 2 ist Tim Tebow. Wikipedia sagt über Tim Tebow. Tim Tebow ist ein gläubiger Christ. Pressekonferenzen. Nach seinen Spielen beginnt er mit den Worten, als allererstes möchte ich meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus danken. Jetzt spielt schon seit einigen Jahren kein Football mehr. Aber seine Geschichte ist unglaublich. Und ich habe, als ich sie vorbereitet habe, so Gänsehaut bekommen. Also möchte ich sie euch ganz kurz erzählen. Dauert eine Minute. Tim Tebow hat an der Universität of Florida ein wichtiges Spiel gespielt gegen Tennessee. Hier seht ihr ein Bild. Universitätsspiele sind da so wie bei uns Bundesliga. Also da kommen tausende von Menschen. Und die Spieler an den Universitäten sind die Profis von morgen. Also wirklich noch mehr als bei uns zu der U21 Mannschaften. Und viele dieser Spieler, kennt ihr vielleicht auch, machen sich so Bemalungen vor dem Spiel drauf. Und manche haben sich die Namen ihrer Mütter oder ihrer Freundin draufgeschrieben. Und Tim Tebow dachte sich, das ist eine coole Idee. Und er könnte doch eine Bibelstelle draufschreiben. Er hat ein bisschen nachgedacht und hat sich dann für Philippa 4,13 entschieden. Sah dann so aus. Und in Philippa 4,13 steht, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Und nach dem Spiel haben einige Zeitungen über ihn geschrieben. Aber mehr auch nicht. Er hat es dann bei jedem Spiel getragen. Und nach ein paar Spielen haben die Fans angefangen, unter ihre Augen genau Philippa 4,13 zu schreiben. Obwohl die meisten noch nicht mal wussten, was das überhaupt heißt. Es kam ein Junge namens Phil nach einem Spiel zu ihm und hat ihn gefragt, ob er es für ihn getragen hat. Also manche Menschen wussten es wirklich nicht. Sie kamen mit der Mannschaft ganz weit und standen dann im Halbfinale. Und ihr kennt es von Fußballspielern, die immer sagen, dass es vor diesem Spiel nur noch einen Tunnelblick gibt. Und sie nichts anderes mehr denken sollen und können. Und er ging auch durch diesen Tunnel und dann hatte er plötzlich das Gefühl, dass Gott möchte, dass er den Vers ändert. Er dachte sich so, warum jetzt? Es hat so gut funktioniert, wir haben alle Spiele gewonnen. Und er hat nachgedacht und gebetet und er hat gehört, er soll Johannes 3,16 nehmen. Den Vers kennst du bestimmt, da drin steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zu Gründe gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Er ging zu seinen Eltern und hat ihnen so gesagt, ja, der und den Vers möchte ich jetzt haben. Und seine Mutter so, ach der ist ja süß, der gefällt mir. Und mein Vater hat das ein bisschen objektiver gesehen und meinte, jetzt vor dem Finale kannst du doch nicht den Vers ändern, dein Coach wird komplett ausrasten. Und sie haben dann das Finale tatsächlich gewonnen und er hat sich aus dem Vers nichts weiter gemacht und ein paar Tage später saßen der Coach und ein paar andere beim Essen zusammen und plötzlich wurde der Coach angerufen und er hat wieder aufgelegt und er hat gesagt, das war unser PR-Team. Und hast du gewusst, dass während dem Spiel 94 Millionen Mal der Bibelfers Johannes 3,16 geroogelt wurde? Sein erster Gedanke war, warum wissen so viele Menschen nicht, was in Johannes 3,16 steht? Das war am 8. Januar 2009, hier seht ihr nochmal ein Bild. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den anderen Influencern, noch eine ganz kleine Kleinigkeit, ist unglaublich. Genau drei Jahre später haben sie wieder ein entscheidendes Spiel gehabt und er hat nicht mehr an den Bibelfers von damals gedacht. Und nach dem Sieg wollte er einfach nur noch schnell duschen und nach Hause. Und da kam sein PR-Chef auf ihn zu und meinte, Tim, weißt du, was gerade passiert ist? Tim so, ja, wir haben das Spiel gewonnen. Der PR-Typ sagt, es ist genau drei Jahre her, dass du den Bibelfers Johannes 3,16 getragen hast. Und 90 Millionen Menschen das gegoogelt haben. Tim hat einfach nur gesagt, ja, schön, ziemlich cool. Und der PR-Typ sagt, nein, du hast nicht verstanden. Du hast während dem Spiel 316 Yards geworfen. Ein Durchschnitt aller geworfenen Bälle lag bei 31,6. Der CBS-Ranking-Peak war auf 31,6. Das heißt, versteht ihr das, das ist alles 316. Er wurde vom Time Magazine im Jahr 2012 auf die Liste der weltweit 100 einflussreichsten Persönlichkeiten aufgenommen. Und hat jetzt mit mehr als 100 Millionen ist er einer der erfolgreichsten Menschen überhaupt. Und so sieht er heute aus. Kommen wir zu drei. Merlina, sie sah so früher aus, zack, und so sieht sie heute aus. Wir haben euch zu ihr was erzählt in unserem Video, die 10 besten christlichen YouTuber. Müsst ihr einfach nur hier oben klicken. Nummer 4 ist Gabriel Conti. Der Mann von Jess Conti, wie ihr jetzt vielleicht merkt. Wenn euch interessiert, was Gabriel Conti erlebt hat und wir darüber ein Video machen sollen und seine Story ist einfach Bombe. Er war zum Beispiel in Hollywood. Einfach mega, mega, mega krass. Und wie Jess und er zusammengekommen sind, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch interessiert, dann machen wir so ein Video. Kommen wir zu unserem deutschen größten Influencer, Jana Highholder. Sie ist in Deutschland bekannt geworden durch ihre Poetry Slams. Heute macht sie nicht mehr viele Poetry Slams, hat dafür aber einen großen YouTube-Kanal mit 16.000 Abonnenten. Und auf Instagram hat sie auch nochmal einen Instagram-Account mit 12.000 Abonnenten. Also so sah sie früher aus und so sieht sie heute aus. Ich finde das krass, wie einfach Menschen, die immer älter werden, eben bei den anderen sah es auch schon, die sehen einfach immer besser aus. Ich frage mich, wann das sich dann ändert. Dass sie dann schlechter aussehen nach 5 Jahren. Kommen wir zu unserem nächsten deutschen Influencer, Lee Marie. Sie hat auf YouTube über 10.000 Abonnenten und auf Instagram sogar über 11.000 Abonnenten. Und hier seht ihr ein Bild von früher und so seht ihr ein Bild von heute. Heute ist sie übrigens schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Das ist doch schön. Unser vorletzter deutscher Influencer oder Influencerinnen sogar, Lisa und Lena. Die sind noch nicht so lange beschäftigt, einfach weil sie noch nicht so alt sind. Hier seht ihr ein Bild von ein paar Jahren und hier seht ihr ein Bild von heute. Die zwei Mädels kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier das in Deutsch guckt. Die wurden groß durch diese Musical.ly's und TikTok-Videos. Machen die jetzt gar nicht mehr so viel, sondern sind groß auf Instagram und YouTube. Unser vierter deutscher Influencer sind die O-Bros. Ein Rapper, die kennt ihr vielleicht schon, haben 20.000 Instagram-Abonnenten und sind eigentlich Musiker, aber sie sind so Influencer-mäßig drauf, deswegen wollten wir sie hier nennen. Und so sehen sie früher aus und so sehen sie heute aus. Kommen wir zu unserem Special, John B. Chris. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er hat eine Million Instagram-Abonnenten und 500.000 YouTube-Abonnenten. Also ist ein richtig großer Fisch. Kommt aus Amerika und ist ein christlicher Comedian. Und macht einfach christliche Witze und tritt eigentlich fast jeden zweiten, dritten Tag auf. Also ist wirklich ein richtig, richtig nicer Dude. Wir verlinken euch alle natürlich da unten auch ihn. Und bei dem kann man vielleicht so die größten, großen Unterschiede sehen. Hier seht ihr ein Bild von vor sechs Jahren. Und hier seht ihr ein Bild von heute. Das waren unsere zehn größten Influencer. Wir sind Kirche U30, falls du es noch nicht gecheckt hast. Und wir haben auch Instagram und wir haben auch YouTube. Also wir sind auch Influencer. Du darfst uns also gerne abonnieren. Das war jetzt so durch die Blume gesagt, hast du vielleicht verstanden. Also jetzt ist es nicht mehr durch die Blume gesagt, weil jetzt habe ich es ja gesagt. So, also wie gesagt, ihr dürft uns hier drüben abonnieren. Und da unten kommt ihr zum nächsten Video. Also es wäre cool, wenn du uns abonnierst, weil dann kriegen wir ein Abo mehr. Du kriegst coolen Content und einfach die Welt wird ein Stück besser. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.